Die neue Nummer 2 in Amerika ist auch in Deutschland kein Unbekannter. Donny Osmund war vor ca. 15 Jahren mit seinen Geschwistern zusammen als die Osmunds. Der Teenie-Star überhaupt, so sah er damals aus. Wir haben den Teenies auch nichts mehr, mittlerweile ist er 30 Jahre alt. Und unser Tipp für die deutschen Charts, hier ist Donny Osmund, Soldier of Love. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020